siege gießen natürlich es ist nur die frage wie hoch wir haben ich habe nachgeguckt ich habe nachgeguckt im sack es gibt punkte ohne ende punkte 18 zu 21 wir wissen nicht genau wir wissen nicht genau wie hoch wir haben darüber gesprochen schon was machen wir da jetzt nicht verraten du kannst das geschenk doch nicht einfach zeigen die sollen das doch selber auspacken also erst mal ja die frage ist wie hoch also ich würde meine haare geben ja das ist eine gute idee die fallen mir schon seit einigen jahrhunderten nicht mehr was aber mit meinen haaren kann man fliegen haben weißt du wie hoch so ein korb ist der ist mindestens 1,50 m hoch das stimmt oder zwei meter und mit meinen haaren okay so machen wir es also was haben wir mitgebracht was haben wir mitgebracht wir haben mitgebracht zwei nüsse ja wahnsinn einmal weihnachtsdoping das reicht durch den ganzen winter dann haben wir mitgebracht ein weihnachtsbaum für die die es nicht mehr schaffen rechtzeitig zum beispiel ich habe die ganze zeit zu tun wenn ich nach hause komme habe ich keinen weihnachtsbaum dann haben wir mitgebracht zwei wippkarten für ein heimspiel deiner wahl und wir haben mitgebracht zwei karten für das neue boat people song projekt premiere am 3 februar 2018 wenn das weihnachtsdoping nicht mehr funktioniert und das alles könnt ihr gewinnen wenn ihr teilnehmt am gewinnspiel gewinnspielen ihr wollt die vip karten für ein heimspiel der bg nach wahl oder zur premiere des songprojekts der boat people dann postet bg für die vip tickets oder boat für die premieren tickets ins kommentarfeld alle informationen zum gewinnspiel findet ihr unter www.ebr-immobilien.com weihnachten viel glück und ein frohes fest abonniere